Hey Leute, ich kann nur noch heute gibt's ein fettes Dankeschön an alle da draußen denn wir haben die zwölf Abos geknackt und dafür möchte ich mich einfach noch mal bedanken und auch gleichzeitig entschuldigen da das zehn Abos Special habe ich total verpasst, deswegen habe ich schon als elf Abos Special gemacht diejenigen, die mir schon etwas lange verfolgen wissen es, ja damals noch mit Wiesen-Qualität, ja guckt euch am besten nicht die früheren Videos an, in diesem Fall nicht, aber ja, wie gesagt, ich möchte mich einfach für die zwölf Abos bedanken das macht man eigentlich nur bei 10, 20, 30, 40 Abos und weiter halt aber, also bei geraden Zahlen aber da ich es früher verpasst habe, ja mache ich das jetzt, es zieht sich einfach die Gelegenheit an und ich habe auch vor, in den nächsten Tagen und Wochen ein gutes Abos Special zu machen ähm ich lasse mir momentan was einfallen und ich würde auch so gerne auf PC aufnehmen, bloß das Problem ist, also so wie wie Handy es gibt nicht immer hundertprozentig gute es gibt nicht immer hundertprozentig gute Aufnahmeprogramm-Apps, was weiß ich die richtig gut für das Handy oder Computer sind, das heißt ich würde so gerne mit Computer aufnehmen und das Problem ist, ich suche momentan nur nach einer vernünftigen Computeraufnahme-App die keine Probleme macht, wo ich einwandfrei meine Videos schneiden kann und alles und das, ja suche ich halt momentan ich habe schon eine so aber mit der bin ich auch nicht so ganz zufrieden das heißt, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in die Kommis schreiben und ja, wie gesagt, möchte ich mich einfach mal für die 12 Abos bedanken ähm in der letzten Zeit ging das so unnormal schnell am Anfang, ja, ging das so gar nicht ich hatte schon 7 Abos am letzten paar, ähm äh, Wochen da hat ich hatte wenn man es so nimmt ich hatte vor 4 Wochen hatte ich noch 9 Abonnenten wir sind jetzt einfach schon um 4 Abonnenten, ähm, gewachsen oder? Sind es 4? nein, es sind 3, sorry voll der Fail ähm und ja, wie gesagt, dafür würde ich mich einfach nochmal bedanken und wenn ihr kein Video verpassen wollt dann könnt ihr mich gerne abonnieren, damit wir dann bald 13 Abonnenten haben und wenn man ein Video gesehen hat, das ich hochgeladen habe ähm, ich habe jetzt diesen äh, Discord im Channel das heißt Channel, äh, Server das heißt, äh, ladet euch einfach im Discord drunter und da, ähm, heiße ich, äh die Clash of Clans Gruppe gebt ihr dann einfach ein in Server, ähm, suchen Clash of Clans Gruppe dann müsst ihr, ähm, eine Schnelleinladung, ähm, schicken und dann könnt ihr halt einfach auf Beitreten klicken und ich heiße King Nui und wie gesagt, hab dieses Hunde-Profil wie, ähm, auf meinem YouTube-Kanal ähm, ja, Leute, das soll es dann von diesem Video gewesen sein, ähm, wie gesagt, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, ähm, abonniert mich und drückt die Klöcke, ähm, so werdet ihr immer informiert, wenn ein weiteres Video hochgeladen wurde und ich sage, Leute, bis zum nächsten Mal, Leute, ciao, Eugen Lui Ach, jo, Leute, ähm, nur nochmal kurz zu, ähm, zu Info ähm, der, ähm, Link vom Discord ist in der Videobeschreibung unten verlinkt also, drückt auf den Link, ähm, und ja, dann könnt ihr, ähm, an meinen Server beitreten